Hallo und willkommen zu einem neuen Video, Leute. Ich bin Twan, ihr wisst, worum geht es eigentlich gut, Leute. Und zwar, Leute, wir haben ein bisschen Business-Termine vor. Aber ihr wisst, vorher muss ich immer abzeigen, um meine Leute eine gute Arbeit machen. Leute, wir sind kurz vor 200.000 Abonnenten auf dem Ami-Kanal. Es ist wie das Geld abo, da haben wir nur die 200.000 Knacken. Nein, ihr verletzt, ihr zählt mit Dinos. Dann hielt Dinos. Hab' mir doch gedacht, hm? Ihr verletzt, ihr zählt mit Dinos, ihr zählt mit Twan. Ich mag keine Dinos, hm? Okay, haben wir es alle gezeigt, Leute. Aber auf jeden Fall, wir müssen ein paar Business-Termine machen und ein Dino weg. Nein, da habe ich noch irgendwo eins gesehen, oder? Ja, da. Nein, nein, es sitzt hier. Es soll ich nicht sitzen. Oh mein Gott, mein Holz. Jetzt, 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 jetzt. Perfekt. So, du hast dir mein Dino gesetzt. Vielleicht sein. Okay, Leute, was ist das für Selenien, die ganze Zeit da vorne? Mein Gott. Die Klang waren hier, Feuerwehr hier. Was macht ihr denn hier? Was ist das denn, Sinalal? Was ist das denn, Sinalal? Was willst du? Ich, du weißt, ganz genau. Sie geteilt an Lufen. Servus zu General Federation, Corporation, General Fänkel hier. Ja, ja, bla, bla, bla. Ich höre, die können mich mal persönlich vorbei. Was du wollen? So, laufen wir ein Stückchen, ja? Ja, ich komme eigentlich keine Zeit für die ganze Zeit. Ich habe Business-Termine. Hören Sie mir zu, ja. Hä? So, Sie müssen verstehen, dass wir eine neue Ausrüstung geliefert bekommen haben. Für die Polizei, sowohl fürs Militär. Das bedeutet für uns, wir brauchen Ihren Schutz nicht mehr. Wir werden ohne Sie klarkommen. Wir müssen nicht mehr mit Ihnen kooperieren. Sie sind ein freier Mann. Viel Glück. Wie, wie, freier Mann? Was willst du damit sagen? Ich brauche immer Fly. Kein Polizeischutz. Ich brauche ein Stückchen. Die werden wir Sie nicht holen. Was? Hast du gerade gesagt? Bei jedem Verbrechen, was Sie begehen, werden Sie die normale Strafe absetzen. Ja. Welten abnormal bin du verloren? Keine. Mein Rücken tut weh. Ich muss los. Warte mal, du willst mir sagen, egal was ich mache, ihr wollt mich festnehmen. Richtig. Salounce accepted. Das ist jede Sache. Warte mal, Leute. Hat der Miklade gesagt, die wollen mich festnehmen? Bei jedem Mist, den ich mache. Die denken wohl, die Polizei und das Militär hat mehr Macht als Twan. Leute, 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 Leute. Was habt ihr in diesem Zähne gelernt von Twan? Was war Legal Nummer 1? Ganz genau. Nicht mit Twan anlegen. Und die haben mir das Legal Nummer 1 geblocken. Wollen wir mal gucken, ob dies wirklich saffern? Twan! In Allmistigen. Twan, den stärksten Lusantus festzunehmen. Was glaubt ihr? Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Ansonsten, Leute, wir fangen an. Mit dem ersten Verblässen, Leute. Wir machen harmlos. Wir machen harmlos. Mal gucken, wie lange die versuchen, mich festzunehmen. Leute, ab in die Stadt. Oh, Leute, was fangen wir mit einem kleinen Verblässen an? Ganz genau. Hey, aus dem Weg! Sag mal! Was fallen die eigentlich? Was fallen sie mir einfach hier? Nein, sie sind wahnsinnig. Sag mal, bist du wahnsinnig? Mach mal die Schlase frei, du Kling-Verdiener. Ich glaube, ich spinne hier. Ich glaube, sie wissen nicht, wie du sie sich anlegen. Du glaubst wohl nicht, wie du sie sich anlegen. So, 1,1,0 hier, Polizei. Pass mal auf. Du kannst... Ja, ich bräuchte eine Einheit hier. Mir ist hier ein Lamborghini Urus. Ja, gelbe Farbe reingefahren mit dem Kennzeichen. Ja, da hat gar kein Kennzeichen dran. Ja, weil kein Blau redet das mal, Spohr. Ja, kommen Sie bitte, schicken Sie mir sofort eine Einheit oder irgendjemanden. Also, das ist hier... Verdammte. Das ist hier ganz schlimm. Hey, hören Sie mal auf, ja? Flexfahrzeug hier. Hören Sie mal auf. Hallo, hören Sie dich? Was soll das? Hallo? Hören Sie auf jetzt? So! Was, du? Mach nicht das Glaserfly! Wollen Sie mich gleich veräppeln auf den Arm nehmen? Ist hier versteckte Kamera oder was? Was soll das hier alles? Ja, das war lautet, Läden, du verdammte Smiles-Bohr! Ne, auf den Weg, Fly! Da ist er doch... Hey, du, Smiles-Bohr bist da! Ja, was ist das? So, ich will das nicht hier festnehmen. Der hat keinen Platz gemacht. Der ist zu langsam. Ist das... Stimmt das? Nein, Mann, der ist mir reingefahren. Wirklich. Also, ich habe da alles auf Kamera. Ich habe ein Dash-Game hinten. Gucken Sie die Aufnahmen an. Ja, ich gucke mir dann alles an. Ja, guck mal, wie langsam der gefallen ist. Das... Okay, wir haben hier Protokoll. Sie fahren ihm einfach rein. Und fallen. Ja, weil der zu langsam gefallen ist. So, nimm ihn fest. Lebenslang, ich will. Und du, was ist denn? Und Körperverletzung noch für einen Mann? Okay, also wir müssen hier ein paar Einheiten holen. Was für ein paar Einheiten? Ich glaube, du hast... Du... Verstärkung, ich brauche es dir kurz nicht. Du... Na! Komm, du... Sag mal! Oh mein Gott, Mann, was haben Sie mit den Polizisten gemacht? So, teilt es mir jetzt den Zahn, oder nicht? Bitte nicht, bitte nicht. Zeilt es mir jetzt. Hören Sie auf, Mann. Und... So. Ja, würde man sagen, Leute, das Herzverbrechen konnten Sie nicht verändern. Ja! Damit sind die Einzelne für Dwan gegen die Polizei. Und... Ah, noch keine Sterne bekommen. Also, Leute, sieht man. Die können doch nichts machen. Aber... Ich habe noch eine gute Idee. So, wir haben eine gute Idee, Leute. Was kommt als nächstes? Auto-Zerstörung? Easy-feezy. Wir machen ein kleiner... Ein klitzekleiner... Äh, machen einen Ladelaub. Einen Ladelaub, das kannst du lag 15. Und mal gucken, ob die Polizisten auf der Amik zu stoppen. Ich glaube, die vergessen wohl, wer Dwan ist und was für Dwan vermisst hat und konzentriert uns. Gras! Ich bin sauer. Sag mal ehrlich. So, Nick. So, Nick. Keiner mit Dwan. Let's go. So, Leute. Hier haben wir einen guten Laden gefunden. Aus dem Weg, jetzt mal spulen. Alle Hände hoch. Der Klaus ist offen. So, ich guck ganz kurz weg. Wer, du lügst den Knopf? So, die Tomatendose will ich haben. Hallo, Turan. Wir haben das Gelände schon umgestellt. Wir haben ihr Fahrzeug verfolgt. Sofort aus dem Laden mit der Hubel in den Händen raus. Oder ich schieße. Oh, Leute, guck mal. Oben in der Ecke. Wir haben zwei Sterne. Wahnsinn. Ich bin umsingelt. Der Laden ist umsingelt. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Wo, ich bin umsingelt? Wo? Sag mal. Sag mal ganz kurz noch mal. Ich hab den Witz nicht verstanden. Ja, komm, stopp, mein Ullus. Das ist kein Ullus. Das ist ein Trullus. Wir Smile Spuren. Guck mal, Leute. Wir machen einfach hier ein bisschen zur Seite. Und dann wir hauen die Heal ab, weil wir sind eh zu schnell für die Leute. Die klingeln uns niemals. Was soll das? Das ist eine Beleidigung. Es gibt doch ein bisschen die Officer, die können vielleicht sogar was. Aber die Heal. Smile Spuren. Smile Spuren. Höchstengladers. Guck mal, Leute. Wir fahren einfach jetzt hin. Wir sind ruhig. Wir haben jetzt hier nur. Wir haben jetzt hier einfach nur. Wir fahren ein bisschen Heal. Guck, Leute. Die geben auf. Die geben auf. Wir packen einfach. Wir tun, dass wir nicht da werden. Gucken, ob du mich bemerkst oder nicht. Wir haben eine Pistole. Okay, wir warten. Wir warten. Wir warten. Und? Tja, mein Freund. Das war wohl nichts. So ist er nicht offen. Und damit den 2 zu 0. Ich würde sagen, wir haben einen Laden. Ich glaube, hinter uns. Dann, wir haben einen Autounfall hinter uns. Die Polizei kann uns nur nicht stoppen. Wisst ihr, was wir machen? Wir fangen weiter an mit einer Entfüllung. Wir werden nicht irgendwen entfüllen, Leute. Wir werden, glaube ich, einen Polizisten entfüllen. Und dafür machen wir eine Verhandlung. Guck mal, gucken, was die wir alles geben. Und das hat einfach ab. Einfach ab. Aber Leute, jede Entfüllung und Verhandlung braucht einen Notfallplan. Und deswegen bekam es schon genau das Listige. Bis gleich, Leute. Oh, Leute. Hier arbeiten ja viele Polizisten. Deswegen, wir fallen jetzt hier ein. Wir werden uns, unsere Toulouse, werden wir in der Tiefkalasse parken. Oh, genau, Leute. Tiefkalasse. Weil hier machen wir alles ein bisschen anders. Ein bisschen slauer. Oh, mein Gott. Bin hier gegen gefahren. Außer sehen, Leute. Warte, wir kommen hier raus. So. Okay. Jetzt machen wir hier kurz eine Parkung. So, wir fahren einen Stück weg hoch hier. Sehr gut, Leute. Hier wird geparkt. Hier guckt eh keiner, Leute. So, wir gehen jetzt rüber zur Slanke. Okay, Leute. Wieso laufen wir jetzt hier hin? Oh, da hängt jetzt nur so ein Mitarbeiter. Sehr gut. Hallo, schönen guten Tag. Ja, servus. Und zwar, ähm, genau. Ich habe hier einen Hangar, der gehört mir, ja? Ich glaube, ich habe hier eine Überwachung, weil der wurde gestern was geklaut. Ja, also kommen Sie mal hier mal ins Video. Ja, ja. Ich komme mit ins Video. So, einmal bitte den Namen. Und wie ist der Hangar angemeldet? Ja, ich habe den Namen Händok. Was? Händok? Warte, ich gucke kurz dem System nach. Nein, nein, Sie müssen hier gucken. Gucken Sie, ich habe doch hier den Ausweis. Ja, ganz genau. Mitkommen. Macht die Slanke auf. Macht die Slanke auf! Ja, bitte bitte mal. So, ich will da leihen. Komm, 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 mach mal hier keine Falzen. Lauf, lauf! So. Wie ist dein Name? James. Oh, komm mit James. Nenn den Hangar hier, da musst du hin. Meine Frau hat heute gekocht, wirklich. Oh, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ah, ah, stehen bleiben. Mit dem Lücken zu mir. Mit dem Lücken zu mir. Wir wollen ja nur, dass du keine falschen Faxen machst, ja? Und ich will auch keine Waffen mehr. Was piept da? Da, du hast den Haftbaum am Lücken, Nomenik. Kann ich bitte hier am Leben bleiben? Ich habe noch... Ich muss heute die... Die, 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 die... So, bleib genau hier stehlen. Wir lufen mal die Polizei an, ne? Hallo! Ich bin am ersten Hangar beim Flughafen. Und ich habe ne Geisel. Am ersten Hangar beim Flughafen ne Geisel. Warum sagen Sie uns das eigentlich? Äh, weil ich will ein bisschen was von euch haben für die Geisel nutzen. Oh, das piepst ziemlich viel an Ihren Lücken. Wir schicken ein paar Einheiten, ja. Ja, schicken Sie ein paar über, ja? Und bebestimmt gehen Sie voll nochmal kurz zur Bank, ja? Oh, das wird teuer für Sie. Ja, tschüss! Ja, ich habe wirklich Familie. Und meine Frau hat heute, die hat das gekocht. Könnten Sie vielleicht jemand anderen töten? Äh, klar, wenn du mir sagst, du ne Frau ist zurück, deine Frau ist Geisel. Nein. Also, ich bin zum den Geisel. So, wir warten, bis die Polizisten kommen, ne? Nein, 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 nein. So, Leute. Saluk! Bis gleich, Leute. Tora, Tora, hören Sie zu. Sie haben keine Schurze mehr. Ah, hallo? Ja, komm, Sie ruhig ein Stück näher. Hey, du Geisel, komm mal ein bisschen näher. Die Leute müssen nichts sehen. Ja, nein, bitte. Ich helfe noch Frau. Die hat noch ein Dicker-Tier gemacht. Die ist gar oben. Ja, ich schätze, die hat meine Geisel hier, ne? Ja, und das ist ziemlich, ähm, eine blänzige Situation, die jederzeit explodieren kann. Ja, aber Sie wissen schon, dass wenn er explodiert, explodieren Sie mit. Ja, aber die hole ich auch mit. Und wer weiß, vielleicht habe ich auch Kopfgeld auf deine Familie gesetzt. Sobald ich sterbe, dass alle Kopfgeldjäger dann deine Familie holen werden, weil ich auf jeden einzelnen Teil deiner Familie eine Million ausgesetzt habe. Hören Sie zu, Turan, Sie haben keine Chance, ergeben Sie sich jetzt, oder? Wir werden Sie jetzt einfach eliminieren. Wir werden mich jetzt eliminieren. Und ihr wollt den Typen sterben lassen hier? Ja, ja, ich sag dir so, er war ja nicht der Beste. Bitte, nein, nein, ich meine Frau hat gar nicht gemacht. Okay, dann komm, ich mach ihm die Bombe ab. Ist doch kein Problem, weil er gleich so... Oh mein Gott, Sie sind der Beste, danke. Hör mir zu. Ja. Wenn du leben willst, du läufst zu dem Typen hin, haben wir uns gehört. Ja. Lauf. Lauf, lauf! Ja. Ich lebe, ich lebe. Oh, süß, Leute. Oh, nein, 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 wir haben uns am Flugzeug, am Flugzeug, am Flugzeug. US Marine, US Marine, wir schicken Lufseinheit, wir schicken Lufseinheit, wir verliegen mit nachher. Oh, viel gut, Leute. Guck doch mal, der Plan hat doch komplett funktionieren. Selbst eine Geiselnahme. Oh, da kommen die ersten Flugzeuge. Guck mal, die Helikopter kommen da. Ich denke wirklich, die können Helikopter ein Flugzeug stoppen? Ja. Leute, ich habe einen Plan. Wir werden jetzt hier ein... Wir werden was auszutun. Wir werden so tun, dass wir abstützen würden. Okay, hier ist perfekt. Hier ist perfekt. Okay, wir stürzen ab. Wir stürzen ab, Leute. Und jetzt raus! Und gefangen. Und... Ja, ja, perfekt. Perfekt, perfekt. Und... Wir nehmen auf. Und so. Wir haben... Die nächste Straftat gesagt. Oh, der Helikopter ist noch bei mir. Oha. Oha. Du willst... Du Z-Dankst wirklich, du hast eine Songs gegen mich? Oha. Oha. Ein Z-D also. Kein Problem. Kein Problem. Und du... Ihr kommt wirklich zu Twan's Tempel? Okay, Leute. Die wollen wirklich Twan's Tempel haben. Aber kein Problem mit. Selbst ein Z-Dankst wirklich nicht stoppen. Okay, Leute. Die wollen wirklich... Ich denke wirklich, die haben eine Songs gegen mich? Ist kein Problem. Kommt, Till! So, wir machen hier langsam kurze kleine Plutzes. So, wo sind die denn hier alle? Kommt, Klaus! Zeigt euch wie Männerl! So. Ich würde sagen, der Pilot ist auch mal weg hier. Die kommen hier langsam zu meinem Tempel hier. Die Wagen ist wirklich... ...wanns Tempel zu stürmen. Ist kein Problem. Ist kein Problem. Kommt, Till. Kommt, Till. Kommt, Till. Kommt, Till! Oh mein Gott. Leute. Ich denke wirklich, der bei Songs gegen mich ist kein Problem. Ist kein Problem. So, Amt, Till! Wir müssen uns zurückziehen. Wir müssen uns zurückziehen. Ja! Die wollen sich glückziehen! Gretzleiter, glättet euch. Ja! Ja! Wir ziehen uns zurück. Wir ziehen uns zurück. Wir wollen wieder weg. Ihr kleinen Gleckige. Letzleiter! Ich denke wirklich, ich lasse ihn von euch laufen hier. Ich denke wirklich, ich lasse ihn laufen. Ei, 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 ei. Ich muss noch ein Auto litten. Ich brauche noch ein Auto. Ich habe noch was vor. Okay, perfekt, Leute. Ich denke mal, wir haben jetzt hier langsam... Oh mein Gott, ich expliziere alles. Ei, Leute! Okay, Leute. Selbst damit konnten die mich nicht stoppen, ne? Und weg mit dir. Leute, jetzt werden wir den ultimativ beweisen, dass die Akten sich nimmert mit One anlegen dürfen. Und deswegen fahren wir zu einem Geheimfassdeck von mir, Leute. Bis gleich. Okay, Leute. Wir sind angekommen. So. Ja, keine Sorge, Leute. Ihr müsst keine Angst haben. Ich habe den Leuten hier gesagt, die sollen sogar auf Mick sitzen, wenn ich komme. Damit ich keine Smile-Spool ausholen kann. Und da ist auch mein Fahrzeug. Da ist auch mein Fahrzeug. So, wir machen die erstmal weg hier. Seid ruhig! Oh mein Gott, die denken wirklich an meine Songs gegen Mick. Die denken wirklich an meine Songs gegen Mick. So, liegen hin, hinlegen. Hinlegen, hinlegen. Zwei Fuß. So. Ich würde sagen, wir haben jetzt hiermit, Leute, alles, was wir haben. Was sind wir Laketen? Sehr gut. Die Waffen hier brauchen wir nicht, Leute. Wir werden uns auf die Laketen konzentrieren. Und jetzt, wir werden der Armee zeigen, dass selbst sie keine Saugsamen haben. Let's go! Ja, Leute, wir sind angekommen. Hallo! Achtung, Achtung, ein feindliches Objekt reingefahren. Wir öffnen die nächste Abschussgebühr. So, wir machen mal hier ein bisschen was kaputt, Leute. Weil das ist ja ganz lustig hier. Wir haben ihn, wir haben ihn. Der ist zu uns gekommen. Der ist zu uns gekommen. Ich bin zu uns gekommen. Hallo! Schieß ihn ab, schieß ihn ab. So, Leute. Mal gucken, ob die Panzer eigentlich hier haben. Die haben eigentlich keine Angst mehr vor dem Tor? Oh, dahinten ist ein Fahrzeug. Oh, hallo, Panzer! Hallo! Mr. Scherty, Mr. Scherty, eine Panzer auf ihn! So, und weg ist der Panzer. Und da ist der Nächste. Leute, ihr habt euch in den falschen Auto angelegt. Jappadabadu! Abschluss, Abschluss, Abschluss! So, ja! Farben, Farben! Farben, wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Oh, ja, wir haben ihn gleich. Ein Panzer hat dem anderen fällt. Der macht Schwierigkeit, der macht Schwierigkeit. Wir verlieren alle Panzer. Jappaa! Jaaaaaa! Ich war in den Ruf. Da war in den Ruf. So, Leute, ich möchte wirklich haben einen Samsk-Gemick, oder? Ich warte hier ein bisschen. So, zeigt, was ihr können! Verdammt gleich, wir haben keine Einheiten mehr gleich. Wir haben keine Einheiten mehr gleich. Alle Panzer sind nicht kontrolliert. So, oh, was ist denn da? Oh, die Luftabwehr. Okay, die Luftabwehr ist auch gelaufen, oder was? Nur für Haftware-Systeme aktiviert. Nur für Haftware-Systeme aktiviert. Okay, he, 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 he. Ha, nein! Na, komm, klick mit, Doc! Oh, Leute, ich glaube... Und du auch weg! Ah, weg mit dir! Aber kannst du jetzt hier? Mein Feld, mein Feld, mein Feld! Ach, ihr habt wirklich klickt mit. Das Auto ist komplett sicker! Wir machen ein paar von ihren Flugzeugen kaputt, womit die was transportieren, Leute. Damit ihr einfach mal merken, die hätten sich nicht mit Twan anlegen dürfen. So, du auch weg! He, 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 he. Keine Ahnung, die anderen Waffen sind nützliches Fahrzeug. So, warte, Leute, ich glaube, ich muss mal ganz kurz den Zelda anrufen, der heute hat einen Besuch bei mir gemacht. So, mal, es klingelt, es klingelt. Hallo! Hallo! So, ich wollte mich direkt aber ganz kurz lesen, wegen heute Vormittag. Verlassen Sie bitte, dass wir den Tag nicht mehr werden. Es gab nie die Nüsse. Es gab nie die Nüsse, Stefan! Also, wie war das euer Polizeisutz? Ihr braucht ab sofort Twan zu uns. Haben wir uns was anzunehmen? Das können wir nicht machen. Achso, okay, ich werde weitermackeln. Ein paar Panzer sind noch im Blick. Nein, 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 das wird ja auch. Alles klar, merken Sie sich das, hä? Niemals! Und ich sage, NIEMELS WIT TWAN ANLEGEN! Wenn ihr nochmals wagt, an meinen Tempel zu kommen, ohne einen Termin vorher, werdet ihr eure Familie mit auslösen. Tschüss, und dann guck! Leute, guck mal! Oh, das passiert jetzt, wenn ihr denken... Wie seid? Weg! Ja, Leute, das passiert jetzt, wenn wir uns mit TWAN ANLEGEN. Wenn ihr euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like, da ab und zählen einen Glock auf die Video, und wir sagen, bis zum nächsten Mal, NIEMELS WIT TWAN ANLEGEN! GAAA! Tschüss!